Verstehe ich wieder nicht die Frage. Warum soll ich mit mir zufrieden sein? Ich meine, das ist so, als wenn jemand sagt, jetzt haben Sie die Kurve gut genommen mit dem Auto oder so, dann sagen Sie, sind Sie jetzt zufrieden? Das ist ein ganz organischer und natürlicher Vorgang. Wenn ich das zu mir zu nahe halten, dann mache ich das zurück. Dann sagen Sie, sind Sie jetzt zufrieden? Natürlich bin ich zufrieden, weil Sie es jetzt nicht mehr so nah an mir haben. Also das ist ja alles eigentlich ganz...